Pazuru bedeutet für mich Geduld. Geduld, um schüchternen Kindern Stärke zu geben. Da muss ich an Max denken. Max war damals sieben Jahre alt und er hat einen Monat lang zugeschaut. Einen Monat lang haben seine Eltern am Rand der Matte ihn versucht zu bestärken. Mensch Max, versuch's doch mal, komm auf die Matte. Einen Monat lang haben die Trainer versucht, ihn zu bestärken, haben gesagt, komm Max, probier mal, schau mal hier, schau mal da, wir nehmen dich mit an die Hand. Und nach einem Monat hat Max sich dazu entschieden, mitzumachen. Und seitdem macht er mit und hat mittlerweile den braunen Gurt. Und dieses Beispiel zeigt mir, dass es sich lohnt, Geduld zu haben. Und ich kann mit Stolz sagen, dass das Pazuru-Team 95 Prozent aller Kinder auf die Matte bekommt, wenn sie auch mal schüchtern sind. Und genau das ist uns sehr, sehr wichtig. Pazuru bedeutet auch schüchternen Kindern, die Zeit zu geben, stark zu werden.